Ähm, was wir hier gehen werden, hab da, rausgetippt. Meine Farm ist terrible, meinst du die Farm aus 5? Stay easy fight, gut, der Entschuldigung, ja. Der Panthea in der Room? Wolle W6, das ist W. Wird ein sehr krasse Spiel. Ah, jetzt können wir das perfekt fließen. Warte, das geht nicht. Das ist am Playbar jetzt. Also, weiß ich nicht. Ganz schwierige Kiste hier. Siehst du wieder 4? Ich bin auch wieder 4, das ist gar nicht gut. Kann sich einfach hier reinstellen und dann bin ich tot. Gut. Gut. Verkückt. Ein Gegner verfällt den Blutrausch. Hyster Base 2 2 2 1 3 7 2 4 5 6 25 6 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kann ich darüber nachdenken, face zu gehen. Ich hab doch gepickt, dass keiner da ist, holy shit. Ich habe mich nicht mehr, weil ich nicht mehr aufhören kann. Ich habe keine Ahnung. Wir haben den Stundenship gescheitert. Okay, das war das FG-Find. Wir haben den Kontrollnamen. Der Name ist Mezin. Wenn ich es vergisst bin, dann komme ich wieder ins BMX. Ich weiß, dass ich dafür gewinne, das ist ganz großartig. Ich habe keine Ahnung, wie effizient das ist. Scheinbar Rüstung. Ich habe die Farben wieder gut aufgeholt. Ich habe keine Ahnung, dass ich die Farben nicht mehr so gut aufgeholt habe. Ich habe die Farben nicht mehr. Ich habe die Farben nicht mehr. Ich habe die Farben nicht mehr. Einzige Mitterung, die gebetet haben. Und rennt auch nicht. Das steht nicht mehr, aber er kann nicht passieren. Oh ja. Das war scheiße gespielt. Ja. Oh ne. Damit wird jetzt eingerissen. Es ist es, es ist es. Ich hoffe jetzt nicht mehr sterben, weil wir die KDR jetzt nicht mehr schalten. Dann machen wir das auch so. Vielleicht nicht wirklich festmachen, oder? Das ist es, es ist ein bisschen. Okay. Ich bin der Snow. Das ist okay. Was ist denn da? Da wird... Dort... Ich... Wir müssen Mitte gehen... Let's sort in Scheiss hier, oder? Okay. ich weiß nicht Hm. 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 Okay, ich werde schon mal geflamed. Er ist so lustig. Er ist so lustig. Nein, ich bin nicht. Wir müssen mit den Genschen. Das habe ich noch für mich. Ich habe noch weniger entdeckt. Jetzt ist er schon HB. Okay. 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 Heute denke ich mal so ein Hybride-Bit-Gain. Ja. Ich hab wieder Gold ab, das kann das werden. Easy. Wir können Turf bekommen, jetzt müssen wir einfach zu sehen, dass wir einen Bot-Turf bekommen. Wir können hier ein Bot-Turf bekommen. Und dann wird es noch ein Bot. Da ist es gut. Ich werde den Tablet-Turf bekommen. Ich werde den Tablet-Turf bekommen. Ich werde den Tablet-Turf bekommen. Das ist noch eine Einwohner. Wer ist das? Das ist nicht so gut. Okay, wir sind ein Wettbewerb! Wuhu! Wut ist das? Wut-Wave-Push permanent. Und die Bedeutung bei Z... Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich würde es tatsächlich gerne fahren. Wuh! Let's go! Gut, denke ich. Vorzeit... Baron ist da ab, aber damit er... ...unflankt... ...gar kein Problem drauf. Was ist da? Hallo? Warum? 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 Oh ne, hier ist die Leona. Oh, keine Konten drauf. Oh, keine Konten drauf! Will er die Catchen? Oder wie ist das? Ja, dann... Alter, ich... Weiß er nicht. Ist halt schon ein bisschen schwierig, ne? Ach ja, ist okay. Wie soll ich da denn hingehen, Meister? Erwartest du denn von mir? Oh, die ist shit! Da hab ich gesehen, ne? Ja, das Ding. Guck, guck! Autoposition. Die Leona ist jetzt ziemlich fett. Die Leona ist jetzt ziemlich fett. Ja gut, okay. Ich guck bald nicht hinterher, ne? Weiß er nicht. Wir müssen die Spot Wave pushen. Durch die Mitte pushen. Wenn wir noch der Masse hier lebt. Okay. Und wenn... Das ist sympathisch. Ja, okay, guck bald. Vielleicht weiß man nicht. Dann müssen wir da jetzt hingehen. Dann will da nichts mehr. B kinder. Aber das ist ganz gut. Wir haben hier die Handicke. Auch wenn wir die Handicke sind. Aber das ist sehr gut. Aber das ist ein bisschen aging. Der steht FITZEN Der steht FITZEN und hat zu wenig Impact Das ist auch schon krass Der das Bild ist auch schon Das kann ich jetzt vergessen Ich habe nichts Literally nichts gemacht Ich habe kein Damage gegen die Leona Oh, hier ist One-Shot Kapitän Ach, Mensch Ist Ich habe ich keinen, dass ganzes ab Ich kann das noch mal Stealth Was ist eigentlich hier vom Pop-Bit-Gain ab? Wer sagt nur? Also kennen wir jetzt die Farbe oder Probleme? Ja. 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 Das ist ein ganz klarer Fall. Ja. 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 Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Wow. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ja, das ist eine Srechisse, das ist doch. und auch noch ein paar Schöner und auch noch ein paar Schöner Der Steckstattel kann nicht nur die Vistas. Das war's für heute. Ja und da ist ein anderer. Ich hoffe, ich werde jetzt noch ein bisschen abholieren. Hey, komm mal. Okay. Oh. Das ist ein Platt. Okay. Das ist ein Blatt. Oh. Okay. Das heißt, es macht kein super, ganz großes Kino. Das heißt, es macht kein super, ganz großes Kino. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben keinen Backbock Das ist optimal ... ... ... ... Ghosts... ...eure drone wurde zerstört. Nöken. So what do you mean? I'm gonna turn into my base. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier habe. ja es ist dumm ja ich glaube auch jawohl, trotzdem eine entspannende Runde das Ranked Game vollkommen auf die Presse bekommen, wunderbar wird in Eisen 2 passiert also wir haben gute Chancen in Branche bekommen wir haben das Game verloren wir haben auch ein Day wieder zurück okay gut ich bedanke mich fürs zuschauen wenn euch das ganze gefallen hat könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abonnement dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr auch gerne bei den anderen Videos vorbei schon auf meinem Kanal da werdet ihr Robedek Games finden da werdet ihr Robedek Games finden also aus der Predator und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben wie ihr Silvester verbracht habt das war auch schon ein bisschen her aber ich zum Beispiel war bei Kumpels und haben da ein bisschen gebellert genau und dann sehen wir uns beim nächsten Game Bye 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 Bye